Giardino Benessere, eine Marke, die ich auf jeden Fall oft genug gehört habe, aber nie ausprobiert habe. Und ich würde sagen, es ist heute mal soweit, dass ich das Ganze mal teste. Zack, 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 wir machen natürlich die Folie weg. Und ich muss schon zugeben, die Verpackung ist wirklich außergewöhnlich groß. Ja, die Marke gehört zu der Terenzi-Gruppe und Terenzi üblich haben wir einfach eine, ja, sehr große Schnickschnack-Verpackung, wie ich finde. Kommt qualitativ nicht an Sergio Fran, bin ich ehrlich, aber macht trotzdem was her. Ja, die Verpackung ist aber egal, wenn das Innere nichts nützt uns, dann machen wir das Ganze mal auf und sehen den Oceania. Ja, warum Oceania? Ich weiß es selber ehrlich gesagt nicht, keine Ahnung. Also ich habe die Duftnoten angeschaut und habe gesehen, frisch, aquatisch, Meeresbrise, ja, spricht mich auf jeden Fall an. Und ob das Ganze Potenzial zum Sommerduft hat, finden wir gleich heraus. Was mir auf jeden Fall sofort auffällt, ist eben diese Lackierung vom Flakon. Das sieht aus wie so ein Autolack oder auf jeden Fall sehr hochwertig und sehr dick. Also ich weiß auch nicht, ob man da durchschauen könnte, aber es wirkt auf jeden Fall hochwertig, muss ich zugeben. Den Duft gibt es tatsächlich schon seit 2019, aber ich glaube, so ich und die meisten hatten den gar nicht auf dem Schirm so lange. Und 2023, vier Jahre später, habe ich das Ganze für euch getestet. Ja, wie es schon der Flakon oder der Name verrät, haben wir einfach einen frischen, aquatischen, Meeresbrise, aquatisch-citrushaftigen Duft. Und genau so riecht dieser Duft tatsächlich. Also viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Der Duft entwickelt sich jetzt meiner Meinung nach nicht persönlich sehr groß, so gut wie gar nicht. Also wenn ich jetzt die Augen schließe und daran riechen würde, könnte das locker als Designer bei der, ja, irgendeiner Drogerie oder so durchgehen. Also es wirkt für mich einfach nicht qualitativ genug, dass ich das kaufe und über 200 Euro dafür ausgebe. Riecht meiner Meinung nach wie der Chrome von Azzaro, also kein Kaufwert.